Ich glaube, ich kann hier runterrutschen. Okay, ich habe einen Raptor gekillt. Nice, ich habe gerade meine Dodos aus den Augen verloren. Okay, Ransom T-Rex, vergiss es. Wow, fuck. Was? Dodo greift Triceratops an. Alter. Dodo. Oh, schön geflogen. Unser Dodo. Ja. Alter, sag mal, hast du vielleicht auch Aggressivität geskillt? Ich lege mal den Dodo weg. Wo seid ihr? Seid ihr in die Schlucht entlang? Ich gehe jetzt in die Schlucht runter, um unseren Dodo zu... Ja, wenn du den Dodo findest, zieh ihn weg. Ich habe ihn schon. Der hört mich schon. Ja, Dani, komm mal in die Schlucht wieder. Wir sind dann halt hintergegangen. Ich bin am Ende der Schlucht. Geht's da raus? Ja, dann geht von der Schlucht zum Stand. Geht von der Schlucht zum Stand. Echt, 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 Echt? Und dann noch nichts. Am Stand hier ist alles clean. Geht von der Schlucht rechts zum Stand. Okay. Charles verschwindet gerade im Berg. Charles kämpft gerade gegen den Dino. Ey. Ich warte noch auf euch. Okay, das können wir zusammenziehen. Dämlicher Dodo. Okay, ich habe den Dodo wieder gechillt. Gekriegt. Komm her jetzt. Du kannst ihn auch einfach auf neutral setzen. Ja, habe ich gerade. Aber ich muss ihn halt erstmal erwischen. Alter. Überall sind Raptoren, ey. Wow, fuck. Faschistner Skorpion. Faschistner Skorpion. Kommt der Dodo hier hoch? Alter, wie soll ich denn mit dem Dodo an den Raptoren vorbei? Alter, wie soll ich denn mit dem Dodo sein? Dann jetzt komm mal zur Schlucht. Durch die Schlucht durch, dann kommen wir wieder an den Strand. Ich stehe hier mit dem Dodo und muss irgendwie an den Raptoren vorbei. Ja, warte, ich trinke noch schnell was. Und fülle meine Flasche aus. Ich kriege ein Arrohr. Oh, ich habe kein Essen mehr. Dodo, jetzt komm mal her. So, wo bist du denn jetzt genau? Ich bin in der Schlucht. Okay. Und muss hier irgendwie den Dodo... Dilo, ich schau mal, dass ich ihn nicht tagge. Von den ganzen Dilos weghalte. Ich bin gleich wieder am Anfang der Schlucht. Na, komm her, Dodo. Wieso kann man eigentlich nicht im Mittland spawnen? Okay, ich habe den Dodo aus der Schlucht rausbekommen. Ich laufe jetzt um Runde jetzt einen... Ich bin vor dir. Ich bin vor dir. Okay. Ich denke mal, du hast auch Dos mittlerweile, oder? Äh, nee, aber meine Wasserflasche ist leer. Ende der Schlucht ist halt, ja. Kommst du an einen Fluss, da war ein Skorpion, der hat mich gefickt und ja. Dann schauen wir da mal lang, oder? Da ist der Fluss. Den Skorpion, ich habe den sogar mit Händen gekillt. Oh, lass da hinten draufbauen, Dani. Auf das, was da raussteht. Großer Jagdsaurier. Kannivor? Ja, wahrscheinlich. Was ist mit dem? Wo ist der? Seinen bringst du mit? Ach, nee. Nee, 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 nee. Was ist mit dir, Jo? Ist egal, ist egal, passt schon. Der Pitana hat gerade irgendwas... Komm doch einfach zum Fluss her. Ja, ich bin unterwegs. Nicht du. Ja, ich bin auch dabei. Ich muss nur so einen scheiß Dodo hinter mir herziehen. Jetzt ist die Frage, wo genau? Ist es ein Zaun? Was da hinten ist, nee, da ist das Rohr. Wo ist der Skorpion? Wo ist der Skorpion? Hm, am Wasser, bei meiner Leiche. Oh, ich komme. Ist der tot? Nee. Der ist tot. Das Skorpion war tot. Oh, dann hat der Zweig gekillt. Komisches Ding, wollen wir mal den Rohr nachgehen? Ich habe sieben Fleisch in den bekommen. Komm schon, Charles. Ich habe Hunger langsam. Ja, ist so ein Fluss, wo der wieder ist. Dann wäre es richtig lustig, die Pipeline einfach kaputt zu machen. Nein, das wäre gemein. Aber wir können mal der Pipeline nachgehen. Alter, gib dir mal, wie lange die läuft. Na, ich bin gleich am Fluss. So richtig Jurassic Park mäßig. Nein, Jurassic Park. Hast du doch gelesen. Also manchmal könnte man nun wirklich schlagen, oder? Alter. Ey, das steht im Spawn-Bildschirm so, da kann ich ja nichts für. Ich weiß, ich wollte nur dumm machen. Gibt dir das? Äh, apropos. Aber ich glaube, da sind T-Rex bei dir hinten. Ich bin in... Ja, an dem Haus ist ein T-Rex, Alter. An dem Haus ist ein Karneum. Also, Peter, wir laufen jetzt mal die... die Dinge lang, ne? Die... Der ist ja ein Karneum. Vielleicht gehört der denen, oder so? Nee, der gehört nicht denen. Beziehungsweise, ich will es nicht riskieren. Hast du Fleisch, oder so? Wir müssen Fleisch bleiben. Im Dodo ist Fleisch, Alter. Ach so, nee. Im Dodo ist nur gepackenes Fleisch. Hat immer Thatch, Flint und Stone und Wood. Im Dodo ist noch gebackenes Fleisch. Nice. Stimmt, da läuft einer rum. Das ist natürlich blöd, dass es jetzt so ein Moment, weißt du, du spawnst, mach sie dir auf und da steht ein T-Rex vor dir. Ach ja. Ja. Krasser Scheiß, diese Wasserrohre. Dodo? Nicht kaputt machen. Ich hab gesagt nicht kaputt machen. Arni! Geht auch nicht. Zieht auch nichts ab. Lass zum Fluss gehen. Wir müssen irgendwie einem Fluss folgen, oder so. Stimmt. Lass mal hier runter gehen. Wo ist denn jetzt, Peter? Da kommt aber der Dodo nicht mit. Die sind auf dem Scheiße, falls sie den brauchen. Peter, wo bist du? Äh. Ja, ja, ja. Die sind an dem Wasserrohr. Ja, ich weiß. Ich kann komischerweise jetzt nicht mehr schlagen. Folgst du mir, Hannes? Nein. So nicht. Weil der Dodo nicht die Klippen runterhüpft. Aber du kommst nach. Ich versuch's. Ich müsste noch meine Wasserflasche aufhören, das hab ich ihm vergessen. Hier ist ja nicht echt schön. Kann man ja mal sagen. Hat ja auch der Peter gemacht. Peter hat's gemacht. Der Peter war's! Ja, ich müsste mit Fiber mein Dings reparieren. Da hinten ist ein fettes Haus. Vielleicht ist es bei dem fetten Haus. Ah, da ist der Wasserfall. Da ist der Wasserfall. Geil, Alter. Das ist aber nicht der Wasserfall von meinem eigenen. Ja, aber das ist nicht Wasserfall. Ich sammle mal ein bisschen Bären und Flint und sowas, dass wir das Lagerfall bauen können. Dann können wir uns da oben ansiedeln. Scheiß Dilo, fuck! Das war ja klar. Aber es ist doch nur ein Dilo. Brauchst du Hilfe? Ja, definitiv. Oh, nee. Ihr seid im Rohr nach? Nein, wir sind links vom Rohr dann. Nach links gelaufen. Nach links gelaufen. Und da ist dann bis zum Wasserfall und am Wasserfall gehe ich jetzt gerade... Ich gehe jetzt auf den Wasserfall hoch. So, Jungs, wir brauchen Sachen für Lagerfeuer. Ja, ich gehe jetzt mal hoch. Ich habe leider keine Axt. Ich gehe jetzt mal hoch an den Wasserfall und dort platziere ich mal den Dodo. Und dann sammle ich mal... Da unten ist noch ein Dilo, pass auf. Steinzoll. Ich bin schon oben. Da setzen wir uns zu 100% an, Alter. Alter, ein Krokodil bewacht. Ein Krokodil bewacht das Haus von dem, wie geil. Cool. Aber keine eigene. Dann ist nicht so cool. Ja, sag bitte. Genauso wie die anderen, die Spawn-Tipps tun. Also bei mir ist es gerade mega bei euch auch. Ja, ja. Ein bisschen Frame-Drops habe ich, ja. Na, komm schon, Rudolf. Ah, ich sehe einen Peter. Oh, Standbild. Wow, 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 wow. Hallo, Peter. Alter. Au, au. Oh, fuck. Hallo. Warte mal, da ist hintergehen. Das ist genau so im Deck. Ich will dahinter gehen. Unter den Riesenfelsen da. Eigentlich würde ich mich gerne auf den Riesenfelsen bauen, aber das ist halt... ultra offensichtlich. Das nächste, was wir machen, ist hier erstmal so Bett oder sowas. Bett und Truhe. Stimmt, dann können wir mal so Stück für Stück weiterziehen. Ich... Dodo. Ja. Also Bett wäre schon mal ein riesiger Erfolg. Warte, ich bin mich am Umsehen. Das Wasser sieht auf jeden Fall sehr ungesund aus. Ich gehe mal meine Wasserflasche auf. Wir bauen erstmal, wir bauen erstmal, äh... Ich brauche erstmal wieder eine Axt überhaupt. Ich hole dir mal Stein. Was brauchst du? Flint oder Stein? Ich brauche... Für das Feuer brauche ich... Also einen Woodshop habe ich selber. Stein vor allem. Ein Flinten-Fetch. Also Stein und Fetch. Ich habe ein Metall. Was ist denn das hier? Ich habe hier gerade einen Stein zu hauen und da ist da Metall rausgekriegt. Vielleicht ist das nur im Land des Inneren. Oder? Also hier ist das Wasser halt so rötlich, ne? Könnte halt sein, dass das... Jungs, ich brauche vor allem Stein. Äh, okay. Okay. Weiter hinten raus. Das sind auch noch Häuser. Äh, ein größerer See. Also ich würde mich hier wirklich noch nicht niederlassen. Ne, wir wollen ja nur einen Spawn-Point bauen oder so, ja. Oh Gott, jetzt kommen wieder ein Server-Neustart. Hallo. Hehehehe. Kani, wo bist du? Ihr wisst, wo Charles steht, oder? Du weißt, wo Karl Charles steht. Ja, ich habe ihn dahingestellt, ob du weißt, wo Charles steht, weil ich da gerade bin. Und ich habe Stein für dich. Weißt du, wie viel hast du? Ich habe 58 Stein. Das reicht. Ja, das glaube ich auch. Wo die Engländer ihre Base haben, das ist in der Rechner zu begleiten. Geil, Alter. So. Tea-Time. Ne, ich weiß nicht, wo du bist. Da, wo wir vorher waren. Am Wasserfall direkt vorne. An der Spitze. Bin ich auch jetzt, ja. Da steht Charles. Okay, äh, Jungs, ich würde gerne eventuell... Ja. Wo bist du, Jungs? Ich bin eh weitergegangen. Äh, eventuell später Richtung Vulkan oder sowas gehen. Ja, aber lass mal erstmal hier ein Lagerfeuer und ein Bett hinstellen. Pena, überhatt's gleich. Du kannst ein Bett bauen, oder, Daniel? Ja, aber ich brauchte irrt und siegeln. Was brauchst du denn für ein Bett? Erstmal Feuer. Ich brauche noch einen Flint. Ein Flint, hast du eine Axt oder so, wo du einen Stein zacken kannst? Ich hab Flint. Ja? Nice. War noch gerade Steine sammeln. Da, 24 Flint. Ich hab heute nicht meine Axt. Cool, ich kann mir eine Axt machen. Hast du Thatch? Ich habe... Thatch. 54. Nee, 45. 45 Thatch. Gib mir mal 20. Jetzt hab ich mir wenigstens wieder einen Lebensflug lang geschaffen, oder? Baut es hier hinter, okay? Was? Hier ist noch ein bisschen Platz. Hier hinter. Wo hast du denn? Hier. Hinter den Stein. Ja, aber hier ist doch kacke. Da siehst du ungefähr das komplette Tal. Nee, bau es halt hier an den Stein rein. Es geht ja nur darum, dass wir ein Bett haben. Ach, wir brauchen eine Foundation, gell? Ich brauche mal eine Foundation. Ja, das Bett kannst du hier hinbauen, genau. Ich würde es aber hier reinbauen. Schau mal hier in die Spalte rein. Bist du der, der Bett baut oder bin ich der, der Bett baut? Ich habe auch ein Bett gebaut. Ich brauche mal Thatch wieder. Ich brauche mal mein Thatch wieder. Warte. Alter. Jungs. Jungs. Ja. Da drüben grünes Licht. Ja. Welches Level ist das? Keine Ahnung. Dani, kümmerst du dich mal um hier? Ja. Dann gehe ich mit Peter hin, aber ich will noch kurz eine Plattform bauen. Wo bist du jetzt hin? Ich bin schon unterwegs. Weil das Ding ist unten am Boden. Ja, ich weiß. Dani, Thatch, schnell. Ich habe es doch schon gedroppt. Wo? Da. Da liegt es doch. Warte, ich baue eine Plattform. Hast du Holz? Zum Anzünden vom Holz? Äh, zum Anzünden vom... Da ist eine Foundation, liegt da auch. Ja, danke. Peter, warte kurz. Ich bin schon da. Ich will es sehen. Ich habe die Kamera. Aschkamera. Kannst du es öffnen? Da kommt ein T-Rex. Da kommt ein T-Rex. Wo, wo? So, wo, wo, wo? Nein, 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 zu dem blau, zu dem grünen Ding. Da kommen nämlich immer Monster hin. Ich gehe doch doch nicht hin. Ich schaue zu. Da sind nämlich immer T-Rexes. 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 Requires, ähm, Survivor Level 15. Gibt es noch? Das ist halt knapp. Wieso wollen die denn schon wieder einen neuen Server gründen? Alles klar, Peter, du kannst da mal alleine hingehen. Ich kümmere mich doch lieber ums Bett. Weil, äh, die wollen nicht mehr als 50 Plätze haben, oder machen, weil aktuell ist das zu laggy. Peter eventuell mehr. Äh, und der Andrang bei denen auf dem Server ist relativ groß. Das ist doch perfekt passiert, oder? Jo, ist gut. Bett hinbauen. Ja, das ist jetzt mal wieder die Frage, was wir brauchen. Fetch und Wood. Ich hock mal, hack mal einen Baum. Nur Fetch und Wood? Nee, den Rest habe ich davon. Fahre wir halt. Echt? Na, ist okay. Äh, dann hake ich mal mit dir. Möge ich das Hacken benutzeilen. Ich geh mal auf die andere Seite, okay? Äh, was, Peter? Von euch könnt einer, wenn er Butter hat, mir mal kurz geben, gleich. Was geben? Essen. Butter. Im Dodo ist Essen. Immer noch. Greift nicht. Ist geil. Das ist alles Bambus, da kann man überall duchen, denn das ist ja behindert. Das kannst du aufsammeln wie Pflanzen. Oh Mann, ich brauche Beute. Ich hab genug. Zeug, inzwischen ja. Ich brauche noch kurz Fetch. Oh Gott sei Dank, das ist kein T-Rex. Oh, hab ich mir gerade in die Hose geschissen. Scheint alles irgendwie gleich, ne? Ich hab noch nicht genug Fetch. 80 Fetch. Wirst du, dass dein Monument ist? Ja. Wir sind recht nah da dran. Eigentlich ein geiler Platz. Alter, die haben auf dem See auf der Insel ne Bug gebaut. Ja, hab ich doch gesagt. Da war ich doch eben. Oh ja, ich kann noch was. Aber schau mal, das wäre eigentlich ganz geil, wenn wir überall auf der Insel so ein paar Betten versteckt verteilen. Ja. Können wir überall spawnen. Die Taktik gefällt mir. Find ich gut. Okay, hab ich jetzt genug für ein Bett? Immer noch nicht. Oh, wie viel Fetch man einfach braucht. Ist ja Hammer. Ah, da geht's runter. Gott im Himmel, jetzt wird's auch noch Nacht äußerst unschön. Jetzt kann ich ein Bett bauen. Alles klar, ich komme. Ich finde, das Feuer ist auch perfekt platziert. Du siehst es einfach nicht. Wir sind wirklich die... Keine Ahnung. Spiole, Alter. Peter, hast du das Ding erobern können? Er ist auf den höchsten Punkt gekannt. Warst du... Aber nicht absichtlich. Warst du bei dem Teil, Peter? Peter redet nicht mehr mit uns. Ach gut. Ah, Jungs, ich geh mal... Ich war dort, ich war dort. Und? Wollen wir mal da runtergehen und schauen, ob man irgendwas klauen kann? Nee, nicht klauen. Nein, nein, lass mal. Ach, Jungs. Ach, Jungs. Mensch. Uns wurde ein kompletter Tito geklaut, ja. Komm, Sau. Ist das geiler, oder? Oh, das ganze Fleisch ist weg. Wir hatten das gegessen. Ja, das ganze Fleisch ist hier drin jetzt. Im Kämpfer, ja. Jungs, das ist wirklich schön mit euch. Wieso? Och, so beim Lagerfeuer. An dem Wasserfall. Hat einer von euch Fiber? Keine Ahnung. Ja. Machst du mal bitte raus. Ja. Ja. Vielen Dank.